Die erste Reihe hat den Film aus dem Tor. Er wird wohl direkt draufhalten. Das ist eine prima Gelegenheit, den Vorsprung noch auszubauen. Er bringt ihn aufs Tor. Wahnsinn! Fast für'n Tor, Freunde! Mario Göckse Fantástico! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017